Und willkommen zurück zum Monospielt The Witcher 3 Wild Hunt. Wir haben Elfen kaputt gehauen in der letzten Folge. Und ich würde fast sagen, jetzt könnten wir wirklich mal Richtung Main Quest gehen. Stufe 5. Stufe 7. Okay. Kehre zurück und hol den. Ja, das haben wir ja nicht geschafft, alles klar. Das kann ich auch nicht neu starten, aber es war wurscht, wer haben wir jetzt einen. Okay, ja, Main Quest ist auch die niedrigste Quest, die wir haben. Würde ich sagen, nehmen wir die und versuchen auf dem Weg noch ein paar Quests einzusammeln. Was sagt denn die Weltkarte, wie der schlauste Weg ist? Okay. Also zurück und dann rechts wieder über das Schlachtfeld. Vielleicht auch nicht. Auf. Dieses Pferd, ne? Bleibt immer einfach so stehen, wenn du hinter das kommst. Das gibt's gar nicht. Da oben baumelt einer, der hängt wie sie rum. Okay. Wir sind irgendwie falsch gelaufen. Nehmen wir halt den direkten Weg. Ah, hier kann man auch schön weit gucken. Die Hunde ignorieren wir mal. Und ich glaube, wir sind schon wieder irgendwie falsch. Aber wir sind fast da. Okay. Also darüber ist was da. So. Alles klar. Vielleicht können wir hier auch beim Händler mal wieder ein paar, ähm, schicken wir da eine Waffe ein. Und ein paar Karten kaufen. Das fände ich sehr schön. Aber das mit diesen Sidequests hier an dem Brett verstehe ich immer noch nicht so ganz, ne? Lesen wir mal alles. Was ist das? Also was zu essen? Okay, da haben wir alles gelesen. Können wir die eigentlich auch wegwerfen, oder? Na, zur Vorsicht mal alle lesen. Nicht, dass sich da irgendwo eine Sidequest versteckt. So. Weg, 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 weg. So, das ist eine Fackel. Okay. So. Ein bisschen aufräumen. Da haben wir auch eine neue Quest, alles klar. Okay, aber ein Schmied sehe ich hier schon mal nicht. Das ist schon mal sehr schade. Wirst du nicht mit mir reden? Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Ein Schnäpschen. Na? Zur Hintertür raus. Okay. Ich habe noch nicht ausgetrunken. Wird! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein Tafra Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar. Warum hast denn du zwei Schwerter? Stimmt er gar nicht. Ich habe nur eins. Ein Knüppel. Ich stimmt, hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Na, wieder eine Schlägerei. Haupt oder stirbt. Ich bin ein Hexer. Etwas Schnaps. Wie wäre es, wenn ich euch einen ausgeben? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen. Dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Weg. Und welcher wird deiner sein? Sehe ich das nur so, oder geht dich das einen Scheiß-Trick an? Ich habe mich wohl verhört. Hast du nicht. Er hat dich beleidigt. Dann musst du ihn wohl töten. Kannst du gar nicht. Na gut, ich will mal den Mund nicht so voll nehmen. Vor allen Dingen, weil ich nicht sehe, wo ich bin. Oh shit, oh shit. Oh shit. Ähm. Oh fuck. Pam. Der Knüppel ist gar nicht schlecht. Pam, pam, pam. Alles klar. War bestimmt der Henrik. Jetzt der Dude. Weißt du nicht, was geschieht, wenn der Baron von diesem Massaker erfährt? Das Dorf. Er wird es niederreißen, bevor jemand sagen kann, dass es ein reisender Mutant war. Er hat eine eiserne Faust. Wo ist Hendrik? Bist du taug? Verstehst du nicht? Der Baron wird das nicht durchgehen lassen. Beruhige dich. Euer Baron ist kein Trottel. Er wird wohl kaum glauben, ihr Einwohner hätte seine Männer mit Feldwerkzeug niedergemacht. Wo ist er nun, Hendrik? Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für ein Leib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke. Nimm den Hinterausgang. Es sind noch mehr Männer des Barons im Dorf. Kein Grund, sich um mich zu sorgen. Besser, du machst keinen Ärger mehr. Ist besser für dich und für mich. Juckt mich, ehrlich gesagt, nicht so sehr. Erstmal hier den Stuff nehmen. Die Leichen sind schon weg. Ach fuck, ich muss ja Sachen verkaufen. Komm mal her. What? Oh, wo kommt der denn da? Oh shit. Oh. Der haut aber rein, so. Na, komm. Okay, das kann man nicht parieren. So. Könnt ihr mich jetzt mal in Ruhe verkaufen lassen, Leute? Nimm den Hinterausgang. Er sieht noch mehr... Alter, ich will doch nur die Scheiße verkaufen. Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also dieses neue Gebiet finde ich gerade nicht so schön wie das alte. So. Wo ist denn der Hinterausgang? Das ist ja Vorderausgang. Alter. Wo ist denn der Hinterausgang? Da. Huh. Und wieder überlastet. Sehr schön. Waren das glatt die Sachen, die ich rausgeworfen hatte? So. Hm. Gerade nochmal gucken, ob ich Schwalbe hab. Nein, hab ich nicht. Müssen wir halt meditieren. Nein. Hallo? So. Ah, blöd. Okay, jetzt will er da hin. Da hätten wir noch Fragezeichen. Ey, ich würd mal gerne eine belebte Stadt haben, wo ich mal ein bisschen was verkaufen kann und so ein Shit. Das kann ja wohl nicht angehen. Ich mach die jetzt platt und dann guck ich mal, ob ich was verkaufen kann. So, der ist weg. Oh. Ich bin genau in den reingerollt. So. Kaufst du mir jetzt was? Keiner Männer mehr da. Haha, mein Drink. So. Gib mir mal hier die Option, mit dem zu reden. Mein Gott, das muss hier rumlaufen. Och, nö. Nein, sind's nicht. Alle weg. Das Essen nehmen wir mit. Das scheiß Waffe kann da behalten. Huch. Ich wusste gar nicht, dass ich auf fremde Pferde reiten kann. Ah, Tatsache, dass ich die Sachen nicht rausgeworfen habe. Okay. Ja, so eine Kacke, ey. Das hier sieht nach einer größeren Stadt aus. Sollen wir erstmal da hin? Irgendwie will ich erstmal mich... Ich bin ganz kacke gerade. So, irgendwie gehen wir erstmal da hin. Komm schon, Plätze. Jetzt muss ich ja noch zu Fuß gehen. Na, werde ich erstmal... Scheiß drauf. Schneller. Da haben wir ein Monsternest gefunden. Das ist mir aber gerade mal egal. So. Und da lang. So. Was? zum zweikampf ich fordere dich heraus bist du sicher sind dir vielleicht die stiefel zu groß vorsicht nicht halt sag ich ich bin ronwied von sümpfle gebunden durch einen heiligen eid das ist hart der jungfer heidelbeer ehre zu erweisen der schönsten aller mir bekannten jungfern indem ich 100 dritter im duel besiege nun aber sporn streich gezogen nach dir kommen noch 99 weitere ich bin doch der erste der arme junge zu diensten bringen wir es hinter uns schon gut ich ergebe mich reicht jetzt ja das glück war dir treu nimm das glück nächstes mal fordere mich noch mal heraus heb die hand zieh das schwert sie mich schief an und ich töte dich bist du da so sicher ja ja abwarten okay sonst gibt es hier aber nix hier mal in die stadt ja mal gucken ob ich auch richtig laufe da haben wir auch ein wegpunkt sehr gut ja da ist ein händler juhu kommt er doch karten oder kug apfelwein zeigt er kann auch gewinnen spielen ok ok der doch karten sehr gut erstmal verkaufen ist das ein ruhen stein wird der verfassung eines schwerts platziert und das müssen wir auch noch einmal ausprobieren da haben wir ein rüstungsset dafür gibt es 28 tatsächlich nice na langsam wird die sache noch ein bisschen wertvoller habe ich das gefühl was kriegen wir eigentlich für den stuff hier dafür gibt es 11 ok äh lohnt sich nicht dafür gibt es 70 ein ruby ja ok da haben wir ein paar von da können wir eigentlich mal 20 verkaufen oder so so ach der hat nicht genug geld naja sehr schön äh dann kaufen wir erstmal was und dann hat er wieder geld Religion und Leben erhält Zusatzinformationen Feuer Skorpion Kaiserreich Nilfgaard Kaiserreich Nilfgaard Kaiserreich Nilfgaard Kaiserreich Nilfgaard alles Kaiserreich Nilfgaard scheißegal wird gekauft nein das will ich nicht kaufen so wo war das was ich verkaufen wollte da hinten so alles klar wollen wir noch irgendwas verkaufen wovon haben wir denn noch jede Menge jetzt haben wir 16 stück Alchemistenpulver es gibt aber auch nicht so viel Kohle so ja es gibt gar nichts also ein was machen die denn da 3 das bringt es auch nicht wirklich ne Zeichen Intensität Zeichen Intensität ja nö das lohnt sich alles nicht das kann man nicht verkaufen was haben wir denn hier noch ok verkauft oder zerlegt werden äh zerlegen ist mir momentan zu teuer muss ich ganz ehrlich sagen verkauft oder zerlegt werden das verkaufen wir alles ach der hat kein Geld mehr alles klar dann wollen wir erstmal meditieren dann müsste der ja wieder Geld haben wie wärs mit zeig mir deine Wagen nö es war nicht genug meditieren leb wohl so reicht das wie wärs mit zeig mir deine hä ich dachte die kriegen dann wieder Geld das ist ja kacke ey da spielen wir mal ne Runde gewinnt oder 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 ne ich kann nicht mal mehr abbrechen ok ja dann müssen wir jetzt ich will mit dir Karten spielen Wind genauer gesagt so wo sind denn meine neuen Karten nördliches Königreich das ne aber da haben wir sicherlich nicht genug ich schmeiß die mal rein das war schon einige Anzahl der einen Karten Sonderkarten 4 von 22 nur das andere sind alles Sonderkarten ok mach die mal wieder raus jetzt hab ich 5 Karten wieso steht da 4 von 22 weil die egal ist wahrscheinlich naja ok ja es sind eindeutig zu wenig ne ne versuch uns einfach mal mal gucken wie gut der ist wie kann ich hier nochmal Anführer wechseln hier keine Ahnung wie ich die freischalte wahrscheinlich muss ich die Karten finden ne na wollen wir mal Spiel starten so nebel strömende Regen klirrende Kälte gutes Wetter ähm ok davon haben wir sonst keinen kommt der weg die ist doch ganz gut versteckt alle Einheiten das ist das ist eine Belagerungsmaschine da haben wir sonst nur noch eine ähm ok was haben wir sonst noch zwei gute Fernkämpfe und einen Nahkampf ähm würde ich sagen machen wir das weg so ich fang an was macht der nochmal ne im Namen ok fangen wir mal billig an ich suche mal dem mal ein paar Karten aus den ähm Händen zu ringen ok ok wie können wir dem nach wir müssen auf jeden Fall mehr werden ach scheiß das sind Kackkarten die ich habe oh wow das ist blöd dass man sich die nicht angucken kann ah doch kann man wohl lege diese Karten auf das Schlagfeld deines Gegners sie wird auf die Gesamtstärke deines Gegners angerechnet und ziehe zwei Karten ok der hat sich ah ist natürlich mies ok dann versuchen wir die Runde zu gewinnen ok da wir da einen Verstärker haben tun wir die nochmal noch 11 zu 9 dann nehmen wir die noch das gibt ein bisschen Pünktchen oh das ist nicht gut ok aber wir sind immer noch vorne wir machen jetzt immer noch nicht das gute Wetter oder doch danach würde ich passen noch 6 Punkte Vorsprung da muss er auf jeden Fall noch was raushauen ja ok der will gewinnen jetzt hat er noch 3 Karten wir haben 5 Karten da muss er wirklich ok ach der hat das gleiche Deck wie ich ok da liegt er gut vor die Drecksau wir dürfen nicht mehr verlieren das heißt wir müssen jetzt alles raushauen das ist ganz schön schwer das Spiel der hat schon gepasst ok klar weil er nicht mehr viele Karten hat aber wir müssen gewinnen so das heißt wenn ich 5 spiele dann sind wir auf 11 ich könnte aber auch äh ich hab Fernkämpfer der macht Nahkämpfer auf 1 der macht Belagerungskarten auf 1 ok würde beides gehen dann hat er 6 bringt mir auch nichts ne muss ich den spielen jetzt habe ich natürlich nur noch Kakan ne aber ich kriege eine das ist schon mal gut so was kann der mit dem selben Namen das bringt mir nix ei 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 ok Belagerung habe ich keine mehr ich habe aber auch nichts mehr für Belagerungsmaschine oder? doch das das hauen wir gleich auch noch raus erstmal die er hat noch 2 Karten ah das ist nicht gut das ist gar nicht gut das ist gar nicht gut dann muss ich jetzt die raushauen äh Belagerung genau das hat ihn sehr geschwächt wenn er jetzt nur noch eine Wetterkarte hat sehr gut dann haben wir gewonnen haben wir gewonnen mit 2 ja alles klar unser erster Sieg wiii gewinne ich jetzt noch Karten von dem Kronen habe ich gekriegt ja cool mein Monster-Set wahrscheinlich cool was hat die gesagt? ich schieb den Rechen in die Möse alles klar so vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal